Wir schauen uns heute die beiden Zubehörteile Easy Slider und Wunderbutler an und ich erzähle euch einfach, wie die sich im Alltag, in meinem Kochalltag so verhalten haben und ob ich einfach hier ein positives Feedback abgeben kann oder ob ich sage, nein, das braucht man nicht wirklich. Also ihr kommt aus diesem Video raus und wisst dann ganz genau, ja, muss ich mir das jetzt holen, möchte ich das mir jetzt holen oder lasse ich mir das lieber schenken, das bleibt dann natürlich euch überlassen. Was haben wir hier? Und zwar, wir haben den Easy Slider, das Gleitbrett, da habt ihr hier hinten einfach diese Verpackung. Das kommt wie üblich mit einer Anleitung daher, da steht also alles drin und da könnt ihr also auch sehen, aus was für einem Material das besteht, beziehungsweise wie man das sauber macht und wie man das installiert. Ich sage euch das aber jetzt trotzdem nochmal, damit ihr das einfach jetzt vorab schon mal einschätzen könnt. Wir haben hier ein paar Features, die erwähnenswert sind und zwar zu Anfang ist schon die Waage. Wer schon einmal die Saugnäpfe von so einer Küchenmaschine losgerissen hatte von der Arbeitsfläche oder von der Arbeitsplatte, der weiß, was ich meine. Das geht natürlich alles auf die Waage. Hier sollte man, ja, nicht vorsichtig sein, aber vielleicht auch nicht immer wieder dran rumrüppeln oder hier den Kollegen auch, ja, versetzen und dann drauf fallen lassen auf die Arbeitsplatte. Das kann natürlich schon hier diese Waage beeinflussen. Bei dem Easy Slider ist es natürlich ganz einfach. Wir greifen den links und rechts bevorzugt, so wird das auch angegeben, seitlich. Man kann das auch unten machen an der Vorderseite und dann bewegen wir den auch tatsächlich spielend leicht mit einer Hand, wo wir den hinhaben möchten, den Kollegen. Und das habe ich auch schon gemacht mit Teig drin oder mit Flüssigkeiten. Bei zwei oder 2,5 Liter klappt das. Natürlich nehmen wir dann beide Hände. Also das ist wirklich gut gelöst. Dann haben wir die Telefongleiter an der Rückseite, habe ich ja eben erwähnt, ihr habt sie auch gehört und gesehen. Die sorgen dafür, dass ihr das Gerät einfach verschieben könnt in ein paar Sekunden. Dann haben wir die Gummistopper für die Stabilität. Das sind vier Stück, denn wenn ich jetzt einfach hier den Kollegen bewegen möchte, klappt das auch nicht. Ja, das wird noch durch das Gewicht, wenn wir kochen, wird das beeinflusst. Positiv, aber ansonsten steht er auch gerade. Ich hatte beim Mehl, wenn der hier richtig am Kneten ist, in hohen Stufen, hatte ich auch nicht das Problem, dass mir der Smart über die Arbeitsfläche tanzt. Das hat man ja auch des Öfteren. Dann haben wir eine glatte Oberfläche, die kann man einfach reinigen. Und auch die Saugnäpfe, die halten richtig gut, weil ihr müsst hier praktisch das Gehäuse mit diesem Gleitbrett verbinden. Wir haben wie immer Made in Germany und eine Unauffälligkeit an der Unterseite. Und das ist wirklich gegeben, wenn man von oben drauf schaut und ist jetzt nicht gerade von unten am Werk und guckt sich hier das Gerät an, dann fällt das überhaupt nicht auf. Ich habe euch meinen Easy Slider jetzt mal weggemacht, also wieder von dem Gerät unten entfernt. Und wir schauen das nochmal ganz kurz an. Ja, das ist die Tatsache, die wir haben ohne dieses Gleitbrett. Und das sehen wir jetzt hier. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu arg. Ich halte euch das jetzt mal so rein, dass ihr das erkennen könnt. Hier oben haben wir diese beiden Teflon-Gleiter und hier haben wir einfach diese Gummi-Auflagen, diese Gummistopper. Und die sorgen dafür, dass hier nichts verrutscht. Das Anbringen ist auch richtig einfach. Ihr müsst im Endeffekt einfach nur euren Monsieur Cuisine Smart Connect oder Trend hier drauf stellen und müsst darauf achten, dass Wundermix Easy Slider dieses Logo zu euch zeigt. Ihr könnt das lesen und ihr habt dann auch diese beiden Teflon-Gleiter rückseitig. Das versteht sich von selbst. Das ist auch keine große Sache. Wenn ihr das wegmachen wollt, gestaltet sich das nicht schwierig. Aber am einfachsten ist, wenn ihr das Gerät, also den Smart, den Trend oder den Connect auf die Seite legt, bevorzugt ohne Topf. Und dann schiebt ihr das Gleitbrett seitlich weg. Dann habt ihr einfach nicht das Problem, wie auf der Arbeitsfläche, dass ihr diese festgesaugten Saugnäpfe losreißt. Und dann kann man das seitlich wegrutschen. Und das klappt eigentlich richtig gut. Und was mir hier gut gefällt, man kann das einfach sauber machen. Man hat ja öfters mal durch die Ablaufrinne hier diese Spuren, wenn Lebensmittel runterlaufen oder auch wenn Wasser runtertropft. Und dann nehme ich hier im Endeffekt dann einfach mein Wunder Clean. Das ist ja dieser sparsame Reiniger und kann das hier tatsächlich dann einfach sauber machen. Ich benutze den in letzter Zeit sehr oft, muss ich ganz ehrlich sagen, auch für die Küche, für den Herd und manchmal für Töpfe, die Außenseite. Das schmiert jetzt ein bisschen. Ich hätte das richtig machen sollen, aber ihr seht, das Ergebnis ist jetzt, dass ich hier einfach meinen Wasserfleck weg habe. Und ich kann das wieder drunter stellen. Und so halte ich natürlich auch die Unterseite von meinem Smart Connect oder Trend hygienisch. Das ist natürlich für mich auch eine wichtige Sache, dass man hin und wieder mal hier sauber macht. Und ja, das komplette Gehäuse reinigt, innen drin. Dann hält natürlich auch der Monsieur Cuisine etwas länger. Ihr seht, ich habe mein Gleitbrett wieder dran gemacht, denn, hopps, jetzt kommt die Lichtbox hier durch. Denn dann kommt einfach das Gerät, ich sage immer das Gerät, der Gerät, der Monsieur Cuisine. Smart ist das so ein langes Wort, da lässt man sich was einfallen zur Geltung. Als nächstes gucken wir uns den Wunder Butler an. Und ich muss dann ein bisschen aufteilen, denn jetzt sieht man den nicht gut. Aber das ist ja auch der Hauptzweck, dass unser Deckel richtig gut da hinten sitzt. Und das macht er. Wenn wir tatsächlich jetzt unseren Mixtopf hier entnehmen möchten, dann können wir den auf die hintere Position machen. Was haben wir da? Wir haben eine smarte Befestigung während des Zubereitungszeitraums. Und das ist auch das, wo bei mir wirklich das A und O drin steckt. Und wo ich auch gemerkt habe, Mensch, das ist unheimlich hilfreich. Jeder wird sich ertappen, was mache ich mit meinem Deckel? Ja, dann habe ich vielleicht noch einen Teller, der übrig geblieben ist. Oder jetzt auf dem Wunder Cover habe ich den dann auch öfters mal gelegt. Und ja, aber er liegt immer im Weg rum. Habe ich dann tatsächlich noch Feuchtigkeit, die abtropfen soll, habe ich eine Möglichkeit, den in die vordere Stufe reinzumachen. Und dann läuft mir jetzt hier von dieser Ablauferinne an dieser Dichtung mein Kondenswasser runter. Und da sind wir auch schon bei diesen zwei Ablagemöglichkeiten. Nämlich nach hinten, wo ich den Mixtopf rausholen kann und vorne zum Abtropfen. Ja, das ist halt eine schöne Sache, weil man einfach nicht immer rumsuchen muss, wo tue ich jetzt meinen Deckel hin. Also ich denke, da kann sich keiner frei reden, dass die Damen und Herren von Monsieur Cuisine, ich weiß es nicht, wie das beim Thermomix ist, noch nicht auf die Idee gekommen sind, da irgendwas mit reinzupacken, dass man den vielleicht zeitlich dran macht oder irgendwas. Ja, also das ist so auch eine Sache, wo ich sage, das könnte echt mal mit dabei sein. Aber ja, hat man das nicht, muss man es sich kaufen, wenn man es denn möchte. Was ich hier sagen kann, wir gehen da jetzt mal her und machen das runter. Was hier mit dabei ist, ist natürlich auch eine Anleitung. Die habe ich hier drüben. Na, ich hole das mal hier her. Dann sieht man einfach, wie man das anbringt. Das ist eine Kurzanleitung in Deutsch, in Französisch und in Englisch und dann auf der Rückseite nochmal Spanisch, Polnisch etc. etc. Und dann haben wir so eine Schablone dabei. Und die Schablone, die können wir uns hier einfach drauflegen. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Schablonentyp, sondern ich mache das immer mit dem Auge. Und ich nehme dann immer so hier hinten den Rand, dass diese beiden äußeren Saugnäpfe einfach noch aufliegen. Und dann könnt ihr das spielend anbringen. Aber wer jetzt Probleme damit hat, ich zeige euch das ganz kurz, der kann hier, bevor er das anbringt, wir haben hier diese Laschen, die wir abmachen müssen. Na, wir müssten die alle drei ziehen. Dann haben wir hier unseren Wunderbutler mit den Saugnäpfen. Und bevor ihr den anbringt, legt ihr dann gerade diese Schablone hier drauf. Und dann haltet ihr die fest oder ihr könnt euch die draufkleben. Das dürfte aber dann auch ein paar Klebereste hinterlassen. Und dann setzt ihr den hier an. Dann macht ihr den hier rein. Und dann brauche ich gar nicht nach hinten gucken. Dann ist der Abstand gewahrt. Und dann drücke ich den leicht an. Und mehr war das nicht. Und ansonsten hält das richtig gut. Ihr seht, ich habe jetzt vielleicht Fingerdruck. Mit drei Fingern habe ich hier drauf gedrückt. Die Saugnäpfe halten. Selbst wenn hier was warm gemacht wird oder wenn da Feuchtigkeit ausdrückt, hatte ich noch nicht, dass sich der Saugnapf hier gelöst hat. Oder einer von beiden. Und der Wunderbutler ist runtergefallen. Da müsst ihr natürlich auch aufpassen. Wenn das passieren würde, knallt euch vielleicht der Deckel auf den Boden. Und der ist dann kaputt. Und was auch gut ist, es passt in der hinteren Stellung der Dampfgaraufsatz drauf. Das ist eine schöne Sache. Denn da ist es ja auch immer wieder so, wo lege ich meinen Deckel hin? Wenn ich zum Beispiel Dampf gare, da habe ich ein All-in-One-Gericht. Und da ist das natürlich was Schönes. Was auch gut ist, es macht keine Kratzer. Wer vielleicht sein Smart, Trend oder Connect irgendwann mal wieder verkaufen möchte. Es gibt ja genug Sachen, die Kratzer hier auf der Oberfläche verursachen. Der Wunderbutler ist nicht dabei durch diese Saugnäpfe. Was man aufpassen muss beim Reinigen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Da seht ihr nochmal, wie spielend einfach der wieder abgeht. Wenn ihr eine Grundreinigung von eurem Gerät macht. Ja, den müsst ihr natürlich auch mal sauber machen. Bitte nicht in die Spülmaschine geben. Der ist nicht spülmaschinenfest. Ihr könnt den aber auch wieder hier mit Wunderclean sauber machen. Das ist für mich wirklich so ein Allzweckmittel. Und dadurch, dass ihr hier nur so eine erbsengroße Paste reinmachen müsst. Ihr habt ja diese Tube. Und dann macht ihr wirklich ganz wenig rein und mischt das dann mit Wasser. Und dann könnt ihr hier den ganzen Dreck wegmachen. Ich muss das mal wieder sauber machen. Denn hier läuft ja auch dann durch den Deckel öfters mal was rein. Was hier noch gut gewesen wäre, das wäre vielleicht so ein Verbesserungsvorschlag, den ich ja auch hin und wieder mal sage. Wenn man vielleicht das Material hier, ihr seht das. Das ist jetzt so leicht ölig hier, wenn man das ein bisschen nach oben gemacht hätte. Also so eine Art Rinnsalwanne. Und dann würde praktisch das Überschüssige, vielleicht hier noch nach oben gezogen und hier hinten das Los, dann würde das Überschüssige einfach hier reinlaufen. Und nicht nur, wenn wir in der, halt jetzt Schablone, lass grüßen, nicht nur, wenn wir in der vorderen Stellung sind, sondern auch, wenn wir in der hinteren Stellung sind, jetzt könnt ihr das nicht sehen, würden praktisch unsere Lebensmittel nicht in den Topf reinlaufen, sondern hier in so eine kleine Erhöhung. Aber das ist ein Zukunftsgedanken. Das wäre vielleicht was für die Verbesserungsvorschläge in Richtung Wundermix. Und ja, kann man vielleicht sich überlegen, halt, jetzt muss das wieder raus, ob man das in der Zukunft mal anwendet. Und das war es jetzt. Also Fazit zum Schluss kann ich sagen, ja, Easy Slider und auch der Wunderbutler zusammen machen die einen guten Job. Man hat hier tatsächlich keine Probleme mehr, dass man sein Smart an eine Stelle bewegt, wo man den gerade braucht. Wenn man zum Beispiel mal sauber machen möchte oder hat einfach hier keinen Platz wie ich und möchte dann ein Video machen und muss ein bisschen auf die Seite räumen. Und dann oben der Wunderbutler, dass man einfach sagt, ich habe jetzt hier drin irgendwas gemacht und möchte jetzt, dass mein Mixtopfdeckel einfach noch ein bisschen abtropft und das hier reinläuft. Also das ist eine feine Sache. Ihr wisst ja Bescheid, ihr habt einen Code, da bekommt ihr 5% auf den Bestellvorgang. Das ist der Code KAI5. Gebt ihr den ein, in das entsprechende Feld bekommt ihr die 5% außer Druckerzeugnisse. Da sind diese Zeitungen drin, die Wundermix auch vertreibt. Und ja, da könnt ihr ein bisschen sparen. Das war es jetzt. Wer Fragen hat, einfach unten in die Kommentare rein. Da versuche ich das zeitnah zu beantworten. Fragt mich, was ihr möchtet. Und dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kochkanal mit einer Materialschlacht oder einem leckeren Video. Jetzt im Abgang verlinke ich euch noch den Wunder Cover. Und zwar muss ich euch den ganz kurz noch zeigen. Das ist dieses Teil hier. Wie gesagt, auch ein super Zubehörteil. Da habe ich jetzt mein Steam Cover drin, damit das Kondenswasser abläuft. Könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht interessiert euch das auch. Bis dann. Tschüss.